Ich glaube, wir wussten es ja gestern schon, dass eben der Lactatis stattfinden wird und im Endeffekt ist es sowieso schon normal, dass ein Lactatis eben stattfindet und deshalb fand ich es nicht so schlimm. Deswegen lieber gleich am Anfang als später und dann hat man es gleich hinter sich. Blutabnehmen ist ja nur ein kurzer Pieks, also ist jetzt nicht so schlimm und der Lauf an sich ist ein bisschen zäh und ätzend, aber ansonsten geht er auch ganz schnell rum und ich denke mal, dass man den locker durchlaufen kann. Ich glaube, jeder weiß, dass 60 viele Fans und Anhänger hat und wie viele hinter uns stehen und deshalb habe ich schon damit gerechnet, dass Fans da sein werden. Dass jetzt so viele gleich waren, war ich auch ein bisschen überrascht, aber ich glaube, das tut dem Team auch ganz gut.